Lass drauf Ich schaue jetzt einfach irgendwas BAM! Ich hab ihn! Ich war gerade durch den Lüfter Ah, ist der wieder weg der Lüfter? Wir haben nur eine Minute Stimmt, ja komm schnell 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 Hier ist einer Ja, ich bin lowlife Ich kann quasi nichts machen Wir müssen ihn jetzt sandwichen Das war's denn, Helm? Ja genau Sandwichen wir ihn! Ich will nicht so schnell! Dann schieß ihn ab mit Pistole! Ja, das ist der letzte Versuch Zeitlich können wir nicht mehr so viel machen Ja, aber ich bin hier am Arsch 30 Sekunden Ich kann hier den einen ablenken Amos, das ist der Amos-Tag, die kommt jetzt Hey, ich hab ein Oh Gott, das hat einer Das hat einer, das hat einer Oh! Lois, was das denn? Lois! Nein, ich bin tot! Mit Shotgun oder was ist das? Der ist ja mal richtig ausgeleckt gerade, was war das denn? Ja! Ich hab ihn abgeschossen, auf einmal stand er neben hier Ja, das spät ist aber auch vorbei Irgendwie Ist es irgendwie zu schwer für ihn Für die Cheaten Die Cheaten doch Eindeutig Ah, scheiße Ja, da wurden wir platt gemacht Neuer Versuch Ich glaub ich muss einen von denen rausschmeißen Der Beste von denen Ne, der, ja der Guest Mit der Neuen Der ist ziemlich gut Ja, dann geh mal weg Er hat auch Er hat auch voll den hohen Pin gehabt Er starten einfach Damit wir den nutzen Ja Du bist 3 gegen 2 oder was? Ja Das ist ja lame Hat eigentlich Ihnen einer von euch die zweite Klasse genommen? Ich hab das Team runter Beim Storage A Ähm, der läuft Der ist einer von den Taletten Hey! Ich dachte, ich hab grad noch nicht geschossen Das sind von den Taletten, oder? Ja, das ist grad ausgemacht worden, aber davor hatten wir das Irgendwie klaut was Ja, die Cheaten, der rechts ist Enten Wo der links oder rechts? Ähm, bei Office C2 ist der Vielleicht sagt mir nichts Ich hab ihn Ähm, ich glaub die wollen auch wieder den Die wollen auch den Helm, glaub ich Hier hinten ist einer Der Helm wurde geklaut Ich glaub den wollen die haben Ah, Frauen klatscht ja los! So, es ist als wollen die den Helm haben Oh! Oh! Angelo der Latte Ey! Die machen uns für zwei nasse, oder was? Was? Äh, der Helm ist wieder da Der Helm ist wieder da Der Helm ist wieder da Ähm, Break Room ist einer Ich, ich camp das Office Ab Angelo, dir klar Hier Oh, was ist einer da? Jo! Ach, Kim! Er hat was geklaut Mein Wall Office Hä? Ach, der ist durch 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 Die, aber was hat er geklaut? Also Der Helm hat er glaubt nicht geklaut Nö, der Helm ist noch der Der ist durch Der ist durch Was da an dem Raum war über mir hier Ist irgendwo einer Wo ist der Wexler? Hier unten im Conference Room Da wo David ist Da Bei deren beiden Exils Break Room Er ist nicht nach vorne Ach, da kann man auch noch hin Durch den Balkon Lol Hinter dir Boom Gib du Wichser Was war denn? Die haben glaub ich drei Sachen schon geklaut, oder nicht? Ja, aber die müssen den Helm klauen Ach, die können auch andere Sachen klauen? Ja, zur Ablenkung Ach, das ist ja krass Ja Das Die wurden auch grad vorhin Richtig Fertig gemacht Zwei Haben sich halt als Zielscheibe Hingestellt Wir wussten, was sie klauen wollten Zwei haben sich als Zielscheibe Haben uns Von dem Ding weggelockt Lass mal Kann man nicht pingen, oder so? Alles so einfach machen Gibt auch keine Map Mit Minimap wär das ganz leicht Gott, hier ist der Name Ach Ich kann nur sein Gehör folgen Gott, ich werde mich erschreckt, Alter Und so langsam die Map halt auswendig lernen Ich bin grad vor useless Ich muss mich bitten lassen Ich bin grad vor useless Ich muss mich bitten lassen Wo oben links, oben rechts Ah, hier ist er Ich hab keine Position Ich muss nachladen Ich hab hier einen, ne? Ja, aber das wollte der Typ nicht Nee, der wollte hier zum Helm Hier ist einer, bei mir im Break Room ist einer Break Room, ist das unten? Ja Hab ihn Ich kenn nur die obere Ecke hier Break Room, ist hier Oh, er ist schon tot Da ist einer, da ist einer Lüftungsschacht Lüftungsschacht, okay Welche Richtung geht der? Ja, nach unten wieder Ja, noch 30 Sekunden, das schaffen die nicht mehr Selbst wenn die das jetzt irgendwie kriegen Hab ihn Ich hab keine Muni mehr, scheiß Dreck Waffe wechseln, Pistole Ja, man Ich hab voll die geile Pistole Der ist so ne richtig Boah Oh Gott Geh da nie wieder rein Tür auf, zack Oh, ich seh jemand Hallo Auf dem grössenzelfer ist es noch geiler, wenn du so 6 Leute hast oder so Aber du hast halt immer neue Idioten Ja, wie überall, ne? Ach so Also meinetwegen können wir auch auf nem anderen Du musst nen Poster holen Kein halt Nee, wir können auch auf dem größeren Stinksel Und uns als Tag Team rumlaufen, zu dritt Ja Oh, seid ihr, seid ihr Wichser schon Level 2 oder was? Ja Die kriegen ja fast, fast Level 3 Kriegt man an irgendwas? Keine Ahnung Bis jetzt haben wir noch gar nichts bekommen Diamond Pickaxe, ich weiß wo die ist Ja Weißt du wirklich, dass du meinst, das war so ein Witz, was du gerade gesagt hast Nee Okay Wir kennen die Map schon ein bisschen Soll ich die ablenken und was anderes klauen? Ja Am besten rechts die Sache noch einmal klauen Ich kann da was anderes klauen Dem Pfeil folgen, dem Pfeil folgen Ach so, okay, das ist der Fall Gott, er sieht mich da Scheiße, Wolfe Hol ihn Hol ihn Fuck Ja, ist okay Warte, wenn ich mich hier verstecke, glauben die gar nicht, dass ich das will Oh, nice Oh, nice Schnapp dir das hier, komm ich ist deftig Los, 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 los Mach mal ein Licht aus, mach ein Licht aus Äh Warte Ja, ich glaube, dass wir nicht Sehen die eigentlich, wo diese Alarms her kommen, ne, ne? Ja, die hören das, ne? Du hast es ja auch vorhin nicht gehört Ich hab schon, aber nicht gesehen Äh, ja, meine ich Äh Hey, wo musst du denn hin? Hier, durch Was? Ich hab ihn zweimal angestochen! Nee, hä? Wo ist unser Ding? Äh? Äh? Wo ist das? Das war doch hier! Hier, hier, hier ist es Ach so, ah Ja, easy Hä? Ach, ich hab den Ausgang gesucht, oder was? Ja Randpalme Ich wurde von zwei Leuten überrannt Mein Messer an den Arsch bekommen Voll die schlechte KD, ey Ist das so Besten warten wir noch auf einen, damit es ausgeglichen ist Jo Besten machen wir mal, geben wir mal einen großen Server rein, oder nicht? Können wir auch Bisschen Party Äh Z-E-R-Menschen neun von zehn Ne, das ist neun von zehn Das ist mit Zombies Das ist ne Neh Neh mal, äh, Vigis Ne, Vix Fun Server Da sind grad sieben, oder so Und der ist auch deutsch Geh drauf Rauch 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 Die ist oberste Wix Zahn, oder eins Oh, ist auch Office, nice Ja Alle drauf Wir werden jetzt Office-Profis Profis, die jetzt spielen, ey Die voll keine Chance haben Oh, die wurden dort dann auf sieben und dreißig Ja, das ist angefangen Ja, wenn die Thieves sich schlawand stellen Wir müssen als, als, als Trio hier Als Thieves Trio Die Games schnell beenden Ja, zwei laufen zusammen rum Und wir schlagen mich zum Objective durch Und der andere lenkt ab Ja Der einige Also der eine hat irgendwas geklaut Was ist das Richtige? Der MC Der, der MC-Typ, der hat schon Oh, nice Warum gibt's eigentlich zwei Exits? Ja, damit man, keine Ahnung Warum campen die den spawnen? Oh, jetzt werden die gefickt Jetzt werden die MC gefickt Ja Oh Oh Das ist so geil, ey Aber hier ist, äh, Friendly Fire drin Oh, ne, 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 ne Ich dachte Aber so, alle schießen, brrrr, alles tot 5 Leute fern rechtzeitig Dieser Fred Ne Hä? Oh, ne, Caled Der hat gerade Der hat uns Der hat uns Der hat gerade alle weggenutzt Der hat doch einen Score von 1116 Sein Kollege nur 46 MC ist der beste Mann, Junge Hehehehe Ey, Poco ist auch nicht schlecht Bei Poco Voll gut, dieser Killit Der ist richtig clever Hat voll die Moves Gegner folgt ihm in den Raum Er rennt durch ihn Oh, krass Warum können die alle mit einem Hit töten? Wenn ich die am besten mache, leben die immer noch Tja Muss den halt in die Nieren stechen Nierenhieb? Ja Ey, den muss auch den Helm nehmen, oder was? Ach, da ist der Helm Im Tresor Der ist ja ein Meisterdieb, ey Und immer schön die Lichter ausmachen Vor allem geht er erstmal ganz außen rum Was ich voll dämlich finde Die wissen auch gar nicht, wo er ist Weiß ja auch nicht, wo die sind Ja, aber wenn du da hinten lang gehst Äh, weißt du, wo er hergekommen ist Dann kann er bis zum gleichen Weg zurückgehen Dann hat er noch die geringste Chancen Oh, jetzt wird er entdeckt Oh! Ach, da ist noch ein Exit Ach so Das muss ich selbst gar nicht Nö Noch gewartet Die Schlingel kennt die Map Jetzt werden wir noch in andere Teams reingesteckt Wir sind so drei Leute Auf zwei Teams Ich glaube, da sind noch mehr Spectator Ach stimmt, waren vorher schon 7, ne? Ja So, gut So kann man spielen Ich bin jetzt alleine LOL Gibt's doch nicht, ey Ja, wollen wir einfach eins selber aufmachen? Ja, mach mal Und warten bis es ein bisschen voller wird Ja, lass einfach eins joinen Ja, was Ich hab das YouTube Wo es schon 6 Leute drauf sind Was hab ich mir selbst Wir könnten, wir sind ja selber schon drei Und dann Lass mich raten, da ist YouTube Ja Hallo Männ dich nicht, dass du spielst in Office Ja Ich kann's ja eben ändern Moment, damit das nicht so aussieht, als wären wir Premade Die Seite, wo man das macht Jumel Guard, Victories, 100% Was los? Gibt's ne Statistik? Ja, wenn du oft über deinen Namen hältst Oh Hm Ein Game gemacht Ja, Thief Victories, 9-11 So sieht's aus Ja, 9 von 10 ist besser als zu Ja Mach Frenzy Fire aus Da hier einspielen, da müssen aber zwei Guards gegen ein Ding spielen, so wär's unfair Ja Ja, aber danach Ja Ja Ich muss so nah genug dran sein, oder so Irgendwie kommt keiner Moment, ich mach so nen Boop Server Äh Boops and Cookies, hier Okay So, jetzt müssten die eigentlich in Scharen kommen Okay, den Server nicht wahren Ja, wieder Lost Server Connection hat ich gerade